Ich möchte gerne ein Kugelsplugin vorstellen, bzw. generell auch den Themenkomplex, um den sie es hier dreht. Wir haben hier manchmal Datensätze, wo Attributwerte mehr enthalten als nur den Wert an sich. Ich kriege jetzt bescheuert, aber ein kleines Beispiel. Eine Flusschiffskennzeichen. Das ist eine lange Zeichenkette mit ganz vielen Zahlen drin, vielleicht auch Buchstaben. Und die einzelnen Unterteile von dieser langen Zeichenkette bedeuten eben noch weitere Dinge. Das heißt, hier am Anfang steht 05, wer ist im Bundesland, danach eine Gemarkung, eine Flur, Flurstückszähler, Flurstücksnenner. Klar, das Ganze ist ein Wert an sich, ein eindeutiger Identifikator, aber die unteren Aspekte sind eben auch für sich schon eine wichtige Information. Wenn man solche Daten jetzt hat, wo man die auch vielleicht durchsuchen will, vielleicht wissen, welche Gemeinden liegen im Bundesland so und so oder welche Flurstücke habe ich hier in dieser Flur. Das heißt, man muss irgendwie was finden, wo man dann verschiedene Aspekte der gleichen Attributspalte in so Facetten, in Filtern nutzen könnte. Das Ganze irgendwie hierarchisch oder kaskadierend. Das heißt, ich fange vielleicht an und filter erst mal auf dem Bundesland, gucke dann, was steckt da drinne, fülle dann weiter auf den Landkreis und gucke dann wieder weiter, was steckt da noch drinne. Das Ganze idealerweise eben auch interaktiv. Das heißt, am besten, wenn ich sowas durchführen würde, wenn ich quasi das Flurstück X suche, würde ich direkt auf der Karte auch sehen, ah, jetzt habe ich die Gemeinde so und so ausgewählt. Jetzt sehe ich die ganzen Flurstücke der Gemeinde nur noch. Danach gehe ich noch weiter rein und sind dann eine weitere Untermenge. Kugus hat da schon einige Werkzeuge, die einem dabei helfen können. Ganz schlicht Auswahl nach Wert. Ich kann eine Spalte auswählen, kann einen Wert auswählen. Und nach dem eben dann danach gesucht wird. Das heißt, am Ende werden dann die Objekte ausgewählt, für die ein gewisser Wert da ist oder eben nicht da ist. Ich kann da eben nur wirklich je Feld ein Wert auswählen. Das heißt, ich könnte jetzt nicht erst mal auf die ersten Buchstaben gucken, dann auf die hinteren oder sowas. Das geht hiermit nicht. Das ginge, wenn ich mit Auswahl nach Ausdruck arbeite, wo ich wirklich dann programmieren würde. Aber programmieren ist wirklich eine große Hürde für viele Nutzerinnen und Nutzer. Filter, ganz ähnlich. Auch hier muss man programmieren. Muss dann noch was wissen zu Operatoren. Was für ein Datensatz habe ich dahinter? Was für ein Format ist das? Was kann ich an Operatoren nutzen? Das ist nochmal eine ganze andere Klasse. Ich hätte auch die Möglichkeit, in der Attributtabelle direkt mit einem Formularfilter zu arbeiten. Da gibt es die Möglichkeit, man fängt quasi mit einem ganz einfachen Auswahl nach Wert an und sagt dann, ich möchte einen Ausdruck draus machen und kann dann weiter programmieren. Das heißt, die Hürde zum Programmieren hin ist relativ einfach. Aber dann muss man wissen, was hier irgendein Prozentzeichen heißt, was doppelte und einfache Anführungszeichen bedeuten in Kugels, warum da Klammern auf und zu gehen und so weiter. Wir haben uns dann verschiedene Prototypen entwickelt. Hier als Beispiel einen, der wirklich ganz spezifisch auf einen Datensatz, auf die Verwaltungsgrenzen in Deutschland geht und hier eben zur Gemeinde so routinen kann. Das heißt, ich wusste hier, eine AGS ist die Spalte, die durchsucht werden soll. Die ersten beiden Ziffern sind das Land und so weiter, wie es am Anfang einmal gezeigt hatte grafisch. Das heißt, die Nutzerin kann sich jetzt durchklicken, kann mit einem Dropdown eben bestimmte Landkreise oder sowas auswählen und sieht am Ende die Gemeinden, die dort drinnen liegen, kann die auswählen und eine weitere Auswahl übernehmen oder eben dann weitersuchen. Wir haben verschiedene andere Dinge ausprobiert. Aktuell sieht es so aus. Das heißt, wir haben eine zusammenklickbare Suchmaske. Hier als Beispiel sind mal vier sogenannte Facetten mit drin, also vier Filter. Wir haben den gleichen Datensatz wie eben. Ich filter hier einmal nach dem Feld GF. Da soll der Wert 4 drin stecken. Ist im Detail, egal warum. Als nächstes schreibe ich mir die AGS an den Gemeindeschlüssel und der soll eben mit einem Wert 0,3 beginnen. Irgendwo soll auch eine 2 mit drin stehen, einfach hier als Beispiel. Und der Gemeindename selber soll bitte mit Burg M. Und unten sehe ich dann eben die Liste von den Objekten, auf die das Ganze zutrifft. Kann sie wie eben auch gezeigt auswählen, markieren in der Karte. Die Karte ist gefiltert und so fort. Das heißt, man kann damit relativ mächtige Suchmasten sich zusammenklicken und dann eben nutzen. Um ehrlich zu sein, das, was am Anfang an der Motivation war, können wir damit gerade noch nicht machen, weil wir eben nicht alle Operatoren drin haben. Wir können nicht sagen, guck mal auf die Zeichen 5 bis 7, was da für ein Wert drin steckt. Das müsste noch eingebaut werden. Wir würden auch sehr gerne noch was einbauen, dass man dann den Ausdruck, der im Hintergrund dazu entsteht, sich anzeigen lassen kann, bearbeiten kann, ein bisschen Feintuning betreiben kann und quasi als Hauptfeature, was uns ein bisschen vorschwebt, dass im Endeffekt dann ein Nutzer oder eine Nutzerin sich für einen bestimmten Datensatz so eine Maske zusammenklickt und dann abspeichern kann und Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stellen kann. Wie auch immer, für uns ist es ein kleines Experimentierprojekt. Ab und zu macht man immer etwas dran, manchmal auch nicht. Der Code ist natürlich Open Source. Das heißt, es kann gerne angeschaut werden, kann auch gerne daran mitgearbeitet werden, wenn jemand Lust hat. Es kann in Kugels installiert werden, wenn die experimentellen Plugins aktiviert sind. Das heißt dort Faceted Feature Select. Genau, damit viel Spaß damit. Ich würde mich auf Feedback sehr freuen und sage damit Tschüss.